Helene Fischer verletzt. Wie geht es nach dem Unfall weiter? Helene Fischer hat sich bei einem Konzert in Hannover verletzt und musste die Show abbrechen. Wie geht es jetzt weiter? Wird das Konzert nachgeholt? Für die Fans von Helene Fischer ist das Konzert in Hannover am Sonntagabend mit einem Schreckmoment zu Ende gegangen. Die Sängerin hat sich auf der Bühne so schwer verletzt, dass sie das Konzert der Tour abbrechen musste. Wie war es überhaupt zu dem Unfall gekommen? Was sagt Helene Fischer dazu, die am Montag eine Botschaft an die Fans veröffentlicht hat? Und wie geht es mit der Tour weiter? Helene Fischer verletzt. Wie kam es zu dem Unfall? Wie auf Videos und Bildern von dem Helene Fischer Konzert in Hannover zu sehen ist, hat sich die 38-jährige Schlagersängerin bei einer Show-Einlage an einem Trapez verletzt. Während sie das Lied, Wunden, sang, ließ sie sich fallen und krachte dabei mit dem Kopf gegen ein Trapez. Die Verletzung war sofort sichtbar, die Sängerin blutete aus einer Platzwunde über der Nase. Zuerst sang sie ihren Song noch weiter, musste das Konzert dann aber unterbrechen. Sie sagte noch, ich muss das erstmal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung, doch wenig später war klar, dass die Show abgebrochen werden musste. Laut Medienberichten wurde Helene Fischer in einem Krankenhaus in Hannover behandelt, konnte es aber bald wieder verlassen. Es gehe der Sängerin den Umständen entsprechend gut, wird der Veranstalter zitiert. Die Konzerte von Helene Fischer sind für ihre akrobatischen Shows bekannt. Auch für die aktuelle Tour hat die erfolgreiche Sängerin Akrobatik Einlagen mit Experten vom Cirque du Soleil eingeübt. Das sagt Helene Fischer zu dem Unfall. Am Montagabend hat Helene Fischer auf ihren Social-Media-Kanälen eine Botschaft an die Fans veröffentlicht. Ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan. Mein Herz war schwer von gestern, von diesem abrupten Ende der Show. Das ist das Letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen, schreibt die Sängerin. Die Fans sollten sich keine Sorgen machen. Es gehe ihr gut. So schnell ich hab. mir geht es unter anderem. Wir haben alle Zeit. Ich glaube, wir haben alle Zeit, was schreibt die Sängerin. So schwer, ich kann auch mit dem schönen Zeit. Bis zum nächsten Mal. So. 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 So.